Willkommen zu WAUL! Zu WAUL! Yay! Das hört sich gut an! Das hört sich gut an und so machen wir es! WAUL! Alter, wir haben eine New Mexico, eine Fuso, New Mexico, eine Iron Tube und eine Kongo! Die meisten Leute werden... Willst du mich verarschen? Wieso haben die Schmiede zwei Iron Tubes? Ich lege mich hier einfach, oder? Ne, ich hab meine T22, Königberg, Karoba, kenn ich nicht, Pansakula, Kongo, Iron Doge Ira Wieso? Kann ich irgendwas sagen, was wir gemacht haben, dass wir die ganzen Iron Tubes bekommen? Also ich bin bei unserer Iron Duke gespawned Ja, ich auch Ich fahr einfach dem mal hinterher Oh, da bist du ja Hi! Komm, wir geben da einfach mal Feuerschutz, oder? Wir sind seine Begleitschiffe Ja, wir sind seine Begleitschiffe Ja, ich fahr erstmal mit halber Geschwindigkeit und sollte ich auf die Maximale von der Iron Duke kommen Ich fahr mal ein kleines Stück vor Ich schulde Ihnen was Oh, wir haben die Pansacola auf jeden Fall Nur gefehlt Alter, die Pansacola ist jetzt schon down? Nein, ich lebe noch Nein, 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 nicht unsere Feindliche Nein, ich weiß schon Ich schieße jetzt mal ein bisschen drauf rein Achtung, du hast beschossen Ich wechsle mal auf Sprenggranate Schaut auf Panzerbrechen Das ist auch mal eine geile Idee Das ist auch mal eine geile Idee Ach, gut Insel hat leider geschützt Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren Kritischer Maschinenschaden Wie hat mich das getroffen? F***st du uns oder was machst du? Ob ich euch folge? Ich führe euch gerade an. Nein, machst du nicht. Warte, ich war noch einmal schnell auf die Taubung. Alles klar. Ach, die Iron-Type schießt du auf mich. Ach, wie nett. Ich glaube, ich bin die Taubung aus dem Haus gewesen. Oh, das Wasser mit vorne. Das Wasser mit vorne. Oder gelasht. Oh. Ich hab die Iron-Type auf jeden Fall getroffen. Ich fahr um die Isse rum. Unser Iron-Type ist kaputt. Nein. Er hat den Brat-Type von Dingsrad bekommen. Von... Torpedos. Er holt die 2... 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 Er ist da und er hat nicht. So, Kongo ist bestut dran. Oder auch nicht. Kongo ist echt f***. Oh, langsam, Alter. Ich könnte mal auf den Dach. Ich könnte mal bergauf treffen, aber ich hoffe, ich fühl's nicht. Ne, ne. Haben getroffen. Und sie kommen, wo steckt ein Brand. Was steckt denn? Was steckt denn? Ich muss auch persönlich sagen, ich hab ja auch schon World of Plains und Quo ausprobiert, ne. Aber World of Warships gefällt mir echt gut, ey. Sieht geil, ey. Ich schieße genau auf deine Position, in der Kongo. Problem gelöst! Sieht nur dauert zu lange, bis sie schießen kann. Sieht fix. Dass ich einmal geschossen habe, hat die Kongo vor zweimal geschossen. Die Schiff ist langsam, Digga. Scheint. Die ist übelst langsam, vor allem die Ausrichtung. Komm, ne, 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 ne. Deswegen kotzt mich das Schiff ja auch so an, hey. Die Panzerkohle ist so ein blödes Schiff, das ist so zum Kotzen. Ich bin in der Luft, du hast die ersten paar solche Schiffe durch, Digga. Dann schaffst du ja wohl, das ist deine Panzerkohle-Schiff auch hier. Ich komm, die Ritter voll zu. Ach so. Äh, nicht rein, die Iron Duke kommt dazu. Wir haben den Fest. Gut, ich drehe ab. Jetzt war's nicht heiß. Wenn die Panzerkohle richtig gut einsetzen, kannst du, kannst du übelst viel ausrichten. Aber die passt nicht wirklich... Die passt einfach nicht zu meinem Stil eigentlich. Schön seitlich drehen, seitlich drehen. Maximo fährt direkt in den Schiff. Perfekt. Ich kann sie jetzt richtig abfacken. Ist das dein Ernst, Digga? Ich bin das letzte überlebende Schiffe. Und du brauchst fünf Kreuz... oder vier Kreuze? Alter, viel Spaß. Digga, ich, Digga, fünf Schlachtschiffe. Ja. Ich meinte, in einem 1 gegen 1 könnte ich die New Mexiko jetzt nicht geben. Ich könnte sie gerade noch abmachen. Haha, aber nicht der Rest. Digga, ich bin down. Wir werden das Faden davon zu Fähigkeiten aggrazieren. Ach, bitte. Ja, in New Mexiko kann ich noch abbrechen. Scheiße, dafür, dass wir uns so langsam anladen haben. Alter, in New Mexiko hätte ich echt noch abmachen können, wenn ich die Torpedos nicht verkackt hätte. Wenn ich die Torpedos nicht verkackt hätte, hätte ich die in New Mexiko noch ficken können, Alter. Dankeschön. Habe ich gerade eine Nachschubbox bekommen, oder was? Ne, ich habe keinen Container bekommen, okay. Ich dachte, ich habe keinen Container bekommen, schade. Schade. Ich habe mich schon auf einen neuen Käpt'n gefreut. Vor allen Dingen, ich habe bei den Briten, weißt du, Briten, die ich nur am zweiten, die ich halt am zweitmeisten spiele, habe ich erst einfach so zwei Käpt'n. Oder eine auf eine mega Bombe ist, ne. Aber die Deutschen, die ich am meisten spiele, ne, da hast du doch einen. Immer gut. So, dann machen wir doch mal weiter. Nächste Runde, yay. öff. Komm schon, Digga. Als ich auch immer soös finde auf Twitter, aber außer bei mir ist das jetzt wirklich so. ich krieg nur likes mich darum bitte ob sie mir vielleicht mehr helfen können die fragen zu stellen dann krieg ich nur likes ich weiß nicht worüber du dich beschwerst das ist normal ja aber wenn sie sechs sind drin bitte ja das ist trotzdem normal ja ich weiß jetzt haben wir ein oh nefuso queen elizabeth in colorado und wir haben sie in colorado ok auf jeden fall zu punkt a alter ok wir hätten schon indianapolis er hat doch eine schossene witsch er hat mich getroffen die doofen kuh nein ich hatte doch sprenggranaten drin was machen kann das muss er wieder nachladen die haben eine arizona nu mexiko nagato und eine king george da hätten wir es nach der ober die fuhr ist so und die queen elizabeth das muss sein ja schön dass ich dich schön dass ich gleich aufteilen die die haben die haben einen nürnberg und zwei amerikanische schiffe äh schiffe das ist nicht gut das ist ein abruf gut das ist ein abruf gut alle streif die Faltreffer, König. Ja, Dürrenberg. Oh, hier gelandert. Ich bin halb down. Ich gehe zu Punkt A, ich helfe in die Mitte Nürnberg. Weil die beiden das auf mir abdrehen. Ich hab dich blind getroffen. Oh, und du mich auch scheiß. Verstanden. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich bin echt down, ich bin echt down. Äh, ich bin down, scheiße. Der hat aber schon ein bisschen was geholfen. Die beiden Kriegsschiffe haben wir... Alter, ich hab nur 16.000 Schaden, sonst ist es nicht wert. Die Kriegsschiffe waren einfach zu stark. Hahaha, es ist geil. Was denn? Der Typ, der bei uns in Colorado fährt, ne? Mhm. Der heißt Alter Germane 1. Wir spielen da so, ich bin mit einem Rechtsradikaner zusammen. Recht und recht interessant. So, wo bist du denn? Hier. Fenster Cola. Genau wo ich x-0 geschiss war. Perfekt. Knapp daneben. Weißt du, was geil wäre in dem Game? Was denn? Eins gegen eins. Oh. Du wirst wieder verarschen. Eins gegen eins, ohne Fähigkeiten. Oh, ohne Fähigkeiten. Ihr werdet einfach irgendwo auf der Map, einfach random. Ähm, bisschen getrennt, zueinander gespawnt. Ne? Und du kannst keine Fähigkeiten verwenden, um das Ziel eher zu erkennen oder so, weißt? Mhm. Also, jetzt nicht so wie die Flugzeuge oder ähnliches. Aber bloß, wer ihn zuerst erkennt, wer ihn zuerst findet so. Wie ist so? Wie ist so? Alles klar, ähm. Ich würde mal sagen, wir machen noch eine Runde auf anderen Schiffen oder was? Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Denn das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Adieu.